Hallo, ich bin der SchottlerLP. Ich starte heute meine Aufnahme, Master Builders, zusammen mit meinem Mitspieler Tim77. Bist du drin? Ah, du bist drin. Mal gucken, was jetzt gebaut wird. Was glaubst du, Tim? Äh, ein Schiff. Was bedeutet das nochmal? Weiß ich gerade auch noch nicht. Was? Ja. Ich mach keine Werbung. Ähm. And, Ameise. Ich muss gerade nur noch sagen, dass mein erstes YouTube-Video ist. Erstens machst du es sehr schwer aufzunehmen. Ja, ich spiele und unter anderem halt das Handy halte. Ja, ich mach tatsächlich mal meine Mutter Erlaubnis, aber nicht deswegen. Ich will keine Werbung machen, aber Tim77. Ich weiß nicht, ob er es noch macht, aber es kann sein, dass ich auch mein YouTube-Account hol. Kann sein. Ähm. Was baust du gerade? Ich baue gerade Füße. Sind das die gleichen? Nee, das war falsch. Das war voll so. Ihr hättet eigentlich den Flug bekommen. Habt ihr den nicht mehr bekommen? Dann habt ihr ihn nicht bekommen, oder was? Habt ihr beide ihn bekommen, oder nur du? Ich hab da nicht mal den Körper, oder nicht mal ganz die Füße. Erstens mal ist es nicht so eine gute Qualität wie bei anderen YouTubern, wie bei richtigen YouTubern. Und ja. Nur so, falls mich irgendwer vollmeckert. Ähm. Ich baue gerade am Gesicht, der so scheiße aussieht. Wenn ihr das Gesicht gut für den Lasten-Like da. Es kann sein, falls wer überhaupt mein Abonnent ist, dass heute noch ein Video rauskommt. Oh. Man sieht aus wie ein Hund, aber das interessiert niemanden. Das so hässlich ist. Was? Nein, es sieht aus wie ein Türschlitz mit sechs Beinen. Wie sieht eins aus? Wie ein Türschlitz mit sechs Beinen. Äh. Okay. Was? Ich hab jetzt gerade einen Zyklopen gebaut. Hast du? Zyklopen. Hässlich. Ja. 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 in die kommentare es wird ein video dann kommt immer so ruhig wahrscheinlich ist ein bild gerade scheiße also von meinem bild wollen wir ja nicht reden naja jetzt ist ein bisschen schöner aus gelogen ich mache noch jetzt ein zombie time ist ab ich war noch im inventar wie ist das ja mal woher ging es aus ich finde es voll schwer ich habe mir war vom vom pt oder das sturm war voll angeguckt es also leicht aus also ich mache mir keine werbung machen wenn er nach schwer für kirkett hd ist youtuber gibt es noch nicht okay diesen youtuber gibt es noch nicht mal aber es wird vielleicht eigentlich ich fand jetzt eigentlich gut muss die kette ist man muss die kette sagen wir mal mal ist abliegen weil es ist echt nicht schön ich spiebe darum ich mache gleich noch ein screenshot sie kann genauso aus wieder geht noch aus wie schön also muss man ja sich machen machen das ist hässlich ich will nicht übertreiben aber ich habe gerade reportet nein nein das ist eigentlich nicht das ist das Was ist das? Nein, das ist eigentlich sehr schön, weil der hat noch gemacht, dass es was trägt. Ich mach mal, weil der hat irgendwie was beachtet, was passiert. Ich mach mal gut, wohl sieht aus wie ein Maulwurf, mäh. Ich hab grad ein bisschen weggehalten, wir wollen eine Werbung machen. Okay, wow, wow, everything is awesome. Ich glaube, das soll keine Kacke sein, das soll ein Ameisenhaufen sein. Jemand schreibt so, Pup. Baum, von welcher Platz ich bin. Ich bin besser als du jedenfalls. Okay, ich beende jetzt mal die Aufnahme, es kommt bald vielleicht noch was. Tschüss.